Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Dunkle Energie, das ist eines dieser Themen, da haben wir große Probleme. In erster Linie, weil uns experimentelle Daten fehlen, die uns helfen würden, uns da ein bisschen voranzutasten bei dieser Frage. Wir haben schöne Modelle, Theorien, da gibt es die kosmologische Konstante, das ist so der Favorit im Augenblick, irgendein konstanter Beitrag in der Expansion. Also es könnte auch ein Feld sein, die Feldtheoretiker, die sind da nie verlegen, was Neues einzuführen, ein Feld, das diese Expansion entsprechend modellieren könnte. Das wäre dann eher ein Favorit, wenn sich zeigen sollte, dass diese Expansion nicht kontinuierlich stattfindet, sondern dass es hier irgendwie mal, dass mal jemand Gas gibt und wieder bremst oder sowas. Sowas würde man mit einem Feld eher bewerkstelligen können. Wenn es eine Eigenschaft des Nichts ist, des Vakuums, dann, okay, gäbe es andere Zugänge, dann hätten wir, müssten wir uns auch nicht wundern darüber, dass es zunimmt mit der Zeit, diese Expansion, diese Eigenschaft, weil wenn immer mehr nichts da ist, immer mehr Vakuum vorhanden ist und es handelt sich um eine Eigenschaft des Vakuums, naja, viel hilft viel, dann nimmt halt auch diese Eigenschaft zu. Also Sie merken schon, es braucht hier dringend mal die Falsifikation, irgendeine Beobachtung, mit der wir im Dschungel der Theorien hier einfach mal ein bisschen ausmisten könnten. Und deshalb bin ich froh, dass wir jetzt endlich starten. Es gab ja Probleme, der Start wurde verschoben, aber jetzt Erosita, eine deutsch-russische Mission. Da sind große Teile hier bei uns in Garching vorangetrieben worden, am Max-Planck-Institut für Extraterrestrik, aber da waren auch Universitäten beteiligt, deutschlandweit, Hamburg, Tübingen, dann das Leibniz-Zentrum für Astronomie in Potsdam, dann Erlangen-Nürnberg, die Universität, da ist auch unser Referent jetzt tätig. Thomas Dauser, der wird uns nämlich erzählen, jetzt genau zur Mission, er ist selber daran beteiligt und hat beigetragen, wir haben ihn aufgezeichnet in Sonneberg und ich bin wirklich neugierig, was er uns zu diesem Thema zu erzählen hat, weil hier wollen wir endlich mal ran an Daten jetzt. Wir wollen im Röntgenbereich Galaxienhaufen beobachten. Warum jetzt Galaxienhaufen? Weil zwischen den Galaxien, erstmal sind es großräumige Strukturen, und zwischen den Galaxien, da ist jetzt heißes Gas, so heiß, dass es im Röntgenbereich strahlt. Und dadurch kann man diese Bewegungen sehr gut nachvollziehen und man kann dann in großräumigen Strukturen herauskitzeln, wenn man 100.000 jetzt beobachtet, herausarbeiten, wir schauen ja immer auch ein Stück weit in die Vergangenheit, wie war die Expansion jetzt in früherer Vergangenheit, wie war sie in weiter entfernter Vergangenheit, also wie hat, wie verhält sich es mit dem Gaspedal? Wie ist es hier mit Gas geben in der Expansion des Universums? Bisher haben wir ja nur diese Daten, die besagen, okay, da gibt es ein paar Supernovae 1a, ein paar Standardkerzen, und diese Explosionen, die sind halt nicht so hell gewesen, wie wir sie theoretisch gerne gehabt hätten. Daraus haben wir geschlussfolgert, dass sie weiter weg sind, als wir dachten. Deshalb sind sie nicht so hell, erscheinen sie uns nicht so hell. Wenn sie aber weiter weg sind, muss sie jemand dahin geschafft haben, muss also das Universum beschleunigt expandiert haben. Das ist ja so die Argumentationskette im Augenblick. Und jetzt wird höchste Zeit, dass wir hier neue Daten einholen. Die Mission wird den Röntgensatelliten auf dem Lagrange Punkt 2 platzieren. Und dann geht die wilde Fahrt los. Also es ist auf sieben Jahre angelegt. Und ich bin wirklich neugierig, was sich jetzt hier ergibt. Endlich wollen wir hier mal so den Vorhang ein bisschen zur Seite schieben beim Thema dunkle Energie. Ganz nebenbei sollen auch drei Millionen aktive galaktische Kerne vermessen werden. Also schwarze, supermassive schwarze Löcher im Zentrum von Galaxien. Alles, was sich so im Bereich 0,2 Kilo Elektronenvolt bis 10 Kilo Elektronenvolt zeigt, da wird Erosita Daten einholen. Das wird spannend. Aber Sie merken, am liebsten würde ich jetzt gleich selber loslegen mit dem Thema. Viel besser kann das Thomas Dauser. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Zunächst, es geht in der Tat hier heute in diesem Vortrag viel um Runden. Röntgenastronomie und auch was die Röntgenastronomie zu tun hat mit der Astronomie, wie Sie oft kennen, der optischen Astronomie, wenn man in die Sterne schaut. Und zusätzlich will ich das zeigen natürlich an der Mission Erosita. Und bevor ich jetzt erkläre, was Erosita genau ist, also das könnt ihr euch schon denken, es ist irgendwo auf diesem Bild, das hier ist Erosita. Aber bevor ich da genau dazu komme und wieso das so spektakulär sein wird, werde ich mal erklären, wo die Röntgenastronomie eigentlich herkommt. Und so habe ich jetzt mal ein Bild, das man kennt vielleicht. Die Milchstraße sieht man hier im optischen Bereich. Das ist, wenn man hier in Chile auf dem Berg stehen wird, bei den VLT-Teleskopen und nach oben schaut. Und so sehen wir den Himmel, wenn wir ihn mit unseren eigenen Augen sehen. Und für viele, viele Jahrhunderte war das auch die einzige Möglichkeit für uns, den Himmel zu untersuchen in der Astronomie. Von der Erde aus mit Teleskopen, wo man so ein Auge durchgeschaut hat, nach anderen Methoden. Dann, relativ spät, hat sich noch ein anderes Feld der Astronomie aufgetan, und zwar ist das die Radioastronomie. Hier ist ein Radio-Teleskop in Socorra, New Mexico, auf diesem Foto. Radioastronomie wurde eigentlich eher durch Zufall entdeckt, wie es oft bei so Sachen ist. Er hat 1932 Karl Chansky für eine Telefongesellschaft gearbeitet und die hatten irgendwie ganz komische Sterbsignale im Himmel. Und er hatte das echt länger untersucht und hat dann irgendwann nicht locker gelassen und hat dann wirklich zeigen können, das sind Radiosignale, die außerhalb von unserem Sonnensystem kommen müssen. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und Ende des Zweiten Weltkriegs gab es ganz viele Radarstationen, die konnte man dann zu solchen Teleskopen umfunktionieren. Und das war dann sehr gut für die Radioastronomie. Da hört es jetzt aber dann, wie vorher auch in der Einladung schon gesagt, schon eigentlich auf, was wir von der Erde eigentlich beobachten können. von unserem Himmel. Dann ist es mal hier in dem Diagramm dargestellt. Hier sind alle Strahlungen, die wir uns so denken können, vom Licht, von sehr hoch energetischen Gamma-Röntgen-Ultraviolett-Strahlen bis zu langwelligen Radiostrahlen dargestellt. Und alle die braunen Bereiche hier können wir einfach nicht sehen, weil die Erdatmosphäre diese Strahlung absorbiert. Und man sieht, hier ist der optische Bereich, den wir mit unserem Auge sehen können, wo wir sensitiv sind, wirklich nur ein ganz kleiner Bereich von dem ganzen Spektrum, was eigentlich der Himmel uns bietet. Und hier auch, wie schon gerade gesagt, für Radiowellen ist der Himmel auch durchsichtig. Aber bei allem anderen sieht man ganz einfach, wir müssen einfach in diesen Weltraum gehen, um da überhaupt was entdecken zu können. Und das ist natürlich schwierig. Auch hier im Zusammenhang wieder mit dem Zweiten Weltkrieg. Danach, in diesem Zweiten Weltkrieg, hat man für den Krieg die V2-Raketen entwickelt, aber die konnte man im Nachhinein sehr gut für die Astronomie verwenden. Weil diese Raketen konnten nämlich relativ hoch aus der Atmosphäre kommen. Also 80, 90 Kilometer hoch war notwendig über die Atmosphäre, um dann dort Strahlung zu vermessen. Und die haben einfach einen Geiger-Müller-Zähler auf dieser Rakete und haben die einige hundert Sekunden quasi über die Atmosphäre geschossen und haben im Nachhinein angeschaut, was der so gemessen hat. Da ist der Karl Friedmann relativ bekannt dafür geworden. Und so schaut diese allererste Messung aus. Und zwar haben die natürlich den nähersten Stern, den wir kennen, die Sonne angeschaut. Und hier ist die Flugzeit in Sekunden, also wie gesagt, ein paar hundert Sekunden. Hier oben steht noch die Höhe, also 90, 130, 150 Kilometer hoch war diese Rakete. Und wie gesagt, sie hat sich gedreht, darum misst man immer noch hier und da mal was. Aber man konnte dann eindeutig zeigen, von der Sonne kommt Röntgenstrahlung, was hier beobachtet wurde. Dann hat man da ein paar Rechnungen angestellt und dann ist man ziemlich schnell zu einem enttäuschenden Ergebnis gekommen. Und zwar der nächste Stern, das sind ja wahrscheinlich ein paar Lichtjahre weg, sehr viel schwächer als unsere Sonne. Und dann hat man einfach ausgerechnet, die Röntgenstrahlen sind so schwach, die werden wir nie detektieren können. Und dann gab es weder Geld noch große Motivation, was zu machen. Aber der Riccardo Giacone, der hat er da nicht locker gelassen, hier links ein Bild dargestellt. Und dafür hat er auch 2002 den Nobelpreis gekriegt für Pionierarbeiten. In der Astrophysik heißt das aber ganz besonders in der Röntgenastronomie und die hat er auch gemacht. Und zwar war das die Zeit 1962 zur Mondlandung. Und er hat jetzt einen Brief an den Präsidenten geschrieben und hat ihm dargelegt, was das denn für eine Tragödie im Prinzip wäre, wenn die Röntgenstrahlung auf dem Mond zu hoch wäre, also die Astronauten da aussteigen würden und an der Röntgenstrahlung sterben würden. Das hat er natürlich sofort eingesehen und die finanziellen Mittel für so eine Untersuchung waren ja relativ günstig. Also haben die gesagt, wir schicken nochmal so eine Rakete hoch und schauen mal, was der Mond so an Röntgenstrahlung macht. Das hat man dann gemacht mit einem ganz verblüffenden Ergebnis. Und zwar war das dann, würde ich sagen, die Geburtsstunde der Röntgenastronomie, weil das hier den Himmel von Nord über Ost, Süd, West, Nord gemessen und hier sind einfach die Anzahlen, also wie hell im Prinzip der Röntgenhimmel ist. Zwei. Man kann auf die obere Kurve schauen und man sieht, dass hier so eine, also die Ortsauflösung von dem Gerät ist sehr schlecht. Also es ist wirklich genau eine Quelle, die hier so hoch und wieder runter geht, die man gesehen hat und die definitiv nicht mit der Position von dem Mond übereinstimmt. Also die Mitte von dieser Kurve ist hier irgendwo. Also ich habe noch mehr, da gibt es auch eine Veröffentlichung dazu, noch mehr Studien angestellt. Und man konnte da zeigen, eindeutig, es ist nicht der Mond, der in Röntgenstrahlen hier ist, sondern eine ganz andere Quelle. Und zwar ist diese Quelle jetzt bekannt und im Namen Scorpius X1. Und wurde identifiziert, dass das erste Objekt außerhalb des Sonnensystems, was Röntgenstrahlung ausstrahlt. Und das wusste man zwar damals noch nicht genau, aber mit 10, 15 Jahren später, nach dem ersten Röntgen, als der Röntgensallie gestartet ist, wusste man, was das ist. Und zwar ist es ein Röntgen-Doppelsternsystem. Also hier ist ein Stern und hier ist ein kompaktes Objekt, eine Sternleiche, also am Ende der Sternentstehung, wenn der Stern explodiert, und ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch übrig bleibt. Und jetzt fließt Masse hier von diesem Stern auf das schwarze Loch im Bild, eine sogenannte Aggressionsscheibe. Und in dieser Aggressionsscheibe heizt sich das Gas so sehr auf, auf 10 Millionen Grad, und dann strahlt es einfach in Röntgenstrahlung. Und das ist dann auch ultrahell in Röntgenstrahlung. Mittlerweile kennen wir nicht nur Scorpius X1, sondern wir haben hunderte Quellen allein in unserer Milchstraße, die in dieser Röntgenstrahlung so hell strahlen. Und wie wir das alles herausgefunden haben, ist eben, worum es auch geht mit Röntgensatelliten. Und aktuell würde ich schon sagen, wir leben in so einem goldenen Zeitalter der Röntgenastronomie. Es sind hier, glaube ich, acht Stück Satelliten, die hier in Rot markiert sind, die aktuell fliegen und Daten nehmen, die ein bisschen unterschiedliche Richtungen abdecken und weitere, die aktuell noch gebaut werden, wie die Spektrum X Gamma, wo auch Erosita mitfliegen wird, wo ich dann noch später drauf zukommen würde. Also da oben noch zwei Bilder links von dem XMN-Newton-Teleskop, was von der Europäischen Raumfahrtagentur gebaut wurde, 1999 gestartet, und das Chandra-Teleskop von der NASA rechts, die seitdem bis zum heutigen Tage, ich habe da auch schon damit gearbeitet und Daten angeschaut, wirklich exzellente Ergebnisse haben. Also wie gesagt, wir sind darauf angewiesen, wie wir diese Röntgenastronomie machen wollen, auf die Satelliten eben. Jetzt würde ich gerne ein paar Beispiele geben, hier vor allem zu Erosita kommen, was eigentlich Röntgenastronomie natürlich ist, also was oder wieso überhaupt Röntgenastronomie, was bringt uns das überhaupt? Hier ist ein Blick ins galaktische Zentrum im optischen Wellenbereich, wie man seinen Augen, den optischen Teleskop gesehen würde, man sieht viele helle Flecken, man sieht aber auch sehr viel Staub, also das ist einfach das Schwarze, da kommt das Licht einfach nicht durch, weil es auch absorbiert wird durch den Staub. Wenn man jetzt eine gleiche oder ähnliche Gruppe mit dem Röntgen anschaut, das ist auch das galaktische Zentrum, sieht man, das ist sehr hell in Röntgenstrahlen, in verschiedenen Farben, das ist bis die rote, die niederenergetischere Röntgenstrahlung, die blaue ein bisschen die hochenergetische Röntgenstrahlung, also passiert ziemlich viel hier in diesen Bildern. Teil des Gases kommt zum Beispiel von Sternexplosionen und dann einfach heißes Gas hier im Röntgenbereich und man kann sich diese Inneregion auch ganz genau anschauen und merkt, dass von akkretierenden Neutronensterne, schwarzen Löcher und sogar akkretierende weiße Zwerge eben diese Akkretionsscheiben dann ausbilden, die ultraheiß sind auch im Röntgenstrahlen. Das meine ich hier zur Illustration sind ein paar markiert. Also wenn man das galaktische Zentrum jetzt im Röntgen anschaut, dann schaut das deutlich noch beeindruckender aus, finde ich, was eigentlich da an energetischen Sachen passiert hier. Ein zweites Beispiel, was ich habe, das kennen vielleicht die meisten, das ist ein wunderschönes optisches Bild von dem Orionnebel, der nähersten Sternentstehungsregion zu unserer Erde. Die ist nur 1500 Lichtjahre weg. Hier unten sind ein paar junge, sehr massereiche Sterne, die haben das Gas, dieses kalte Sternentstehungsgas, was hier oben noch so rumliegt, haben die schon weggeblasen und da oben bilden sich noch neue Sterne in dieser Sternentstehungsregion. Also man kann sich richtig vorstellen, dass da gerade noch wirklich was im Prozess ist. Es ist natürlich jetzt sehr interessant, sowas auch mal in der Röntgenstrahlung anzuschauen und das schaut jetzt nicht ganz so ansprechend aus, aber links hier ist ganz genau das gleiche Bild. Also hier oben ist dieser Nebel, den wir noch gesehen haben und unten werden die hellen Quellen, die diesen Nebel quasi schon beseitigt haben und man sieht hier ganz leicht dieses Rötliche, das ist alles Röntgenstrahlung von diesem Gas, von diesen jungen Sternen und das war damals eine spektakuläre Entdeckung, weil man wusste schon länger als in der Astronomie, dass diese Sterne entstehen in ganz kaltem Gas, also definitiv nicht, wo man Röntgenstrahlung erwarten würde. Was jetzt aber passiert ist, hier diese jungen, massereichen Sternen, die haben einen ganz starken Wind und dieser starke Wind kollidiert mit dem Medium außenrum. Und in diesem Schock entstehen jetzt dadurch Röntgenstrahlen, weil das Gas dann zu heiß wird und das sieht man hier. Man sieht das auch nochmal rechts, das ist ein Infrarotbild, in dem sieht man nämlich ganz gut den Eis und den Staub in dem Nebel, hier im Roten und da, wo dieser weg ist, kommt die Röntgenstrahlung jetzt durch von den Winden von diesen massiven Sternen. Es gibt also einen ganz anderen Blick nochmal auf genau das gleiche Objekt durch diese Röntgenstrahlung. Da habe ich noch ein weiteres Objekt, die Andromeda-Galaxie, also die größte Galaxie jetzt in unserer lokalen Umgebung, hier ganz groß im Optischen und wenn man so innen reinschaut, die Fuß hier, so wie die viele Sterne hier sind, sieht man ganz einzelne Quellen und jede einzelne von diesen Quellen ist ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch, was wir jetzt hier sehen würden, die man in diesem optischen Bild überhaupt gar nicht irgendwie, sieht man da überhaupt nicht. Also diese Quellen, die Neutronenstern und diese schwarzen Löcher sind besonders hell hier genau im Röntgenbereich. Also wir sehen auch wieder was, was wir nicht mit dem optischen Teleskop hier sehen könnten. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter raus zu größeren Skalen. Hier ist eine weitere, die Zigarren-Galaxie M82 ist hier im Optischen und hier außen ist ein hochenergetischer Ausfluss von Röntgenstrahlung im Blauen zu sehen. Also auf Skalen von der Größe von der ganzen Galaxie sieht man hier Strahlung im Röntgen. Das heißt, wenn man sich jetzt diese Röntgenstrahlung wegdeckt, dann ist das ein ganz anderes Subjekt. Also da muss irgendwas ganz Energetisches passieren und all das hängt auch zusammen mit dem inneren schwarzen Loch, was in diesen solchen Galaxien sein kann. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter rausgeht und das ganze Haufen von so Galaxien anschaut, das ist der Koma-Cluster, der Koma-Haufen, sieht man jede einzelne von diesen oder fast jede von diesen Punktquellen, wenn man ganz genau hinschaut, ist eigentlich kein Punkt, sondern es ist eine einzelne Galaxie. Man sieht teilweise, dass sie ein bisschen andere Formen haben. Und zumindest ein großer Teil von diesen sind gravitativ gebunden. Darum nennt man die Galaxienhaufen. Also die rotieren sich ganz, ganz langsam umeinander, hängen aber alle wie so eine Masse zusammen. Natürlich ist da ganz viel nichts dazwischen, aber sie hängen trotzdem zusammen. Und wenn man sich das jetzt im Röntgenbereich anschaut, dann sieht man zwar auch noch diese einzelnen Galaxien, aber die werden ziemlich schnell uninteressanter, wenn man sieht, also hier ist ja was ganz, also wenn man nochmal zurückgeht, hier das Bild, also das sind ja keine, ich sehe ja keine Diffuse, das sind nur einzelne Galaxien. Und wenn ich jetzt hier hinschaue, habe ich ganz, ganz helles, heißes Röntgengas, was ich im Optischen überhaupt nicht sehe. Das kommt jetzt einfach daher, das Gas ist relativ dünn, aber es ist so heiß, dass man es einfach im Optischen gar nicht sieht. Und es sammelt sich, da wo die meisten Galaxien sind, es sammelt sich ganz viel von diesem heißen Gas an und strahlt in Röntgenstrahlung. Damit kann man diese Cluster und auch das Gravitationspotenzial von diesen Clustern ganz genau vermessen in der Röntgenastronomie. Und hier ist nochmal ein anderes Beispiel von so einem Cluster. Jetzt habe ich mal ein Bild, wo gleichzeitig die Galaxien überall im Hintergrund sind und die Röntgenstrahlung hier im Blau drüber, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Und wenn man diesen Cluster analysiert, dann kommt man nämlich darauf, dass die Masse von den Objekten, die man sieht, viel, viel kleiner ist, als die von den Objekten, die man nicht sieht. Also 500-fach ist der Masse in diesem Cluster, wenn man ausrechnen kann, wie viel Masse in diesem Cluster ist, dieses Gas sieht man eigentlich überhaupt nicht. Also es ist ja ganz interessant, dass man hier Diagnosetechniken hat, um etwas feststellen zu können, was man gar nicht direkt jetzt im Optischen oder so sieht, indem man einfach schaut, wie viel Licht kommt von diesen Sternen her. Also da muss ganz viel andere Masse noch sein. Ich habe noch ein relativ bekanntes Bild von dem Hubble Space Teleskop im Optischen aufgenommen, weil in dem sieht man auch wirklich wunderschön die ganzen einzelnen Galaxien mit Formen, also das war eine acht Tage Belichtungszeit, mit verschiedenen Mosaiken wurde hier aufgenommen, die auch einfach mal den Reichtum an verschiedenen Galaxien und auch Protogalaxien, die sich hier als Formen zeigen sollen. Und zwar reicht das alles relativ weit zurück. Entfernung im Universum oder zwischen so Galaxien wird in Rotverschiebung angegeben und bei Rotverschiebung 5, da kommt man schon sehr am Anfang des Universums hin, so weit entfernt ist das. Und all das kann man hier auf diesem einzelnen Bild sehen. Und es ist natürlich ganz spannend, weil wir können quasi ganz weit in die Zeit zurückschauen, wenn man in das Universum zurückschaut, einfach nur, weil das Licht so lange braucht, bis es zu uns kommt. Und natürlich ist das auch jetzt hier sehr spannend zu schauen, welche von diesen Objekten oder Galaxien strahlen denn überhaupt Röntgenbestrahlung? Da wird wir identifizieren können, was sind denn das für Objekte? Das Bild ist ja ganz schön, aber wir würden ja gerne verstehen, was passiert denn da eigentlich, wenn diese Galaxie so weit weg ist? Also wo das Licht ausgesehen hat, war das Universum noch so jung, was passiert denn da eigentlich? Und auch hier kann die Röntgenastronomie helfen. Und zwar stellt es mal hier, die verschiedenen Farben, dann gibt es ein verschiedenes Spektrum von diesen Röntgenquellen da. Das heißt, das sind einfach ein bisschen unterschiedliche Quellen. Und wenn man das genau anschaut, dann kann man wirklich rausfinden, was so einzelne Galaxien irgendwie eigentlich ausmacht. Wichtig ist da jetzt, es ist nicht nur für Röntgen und optisch, es gibt ja, ich habe es vorher schon erwähnt, Infrarot, es gibt UV und Gamma und Radio, ist mittlerweile sehr eine Multiwellenlängenastronomie. jetzt kommen wir dem Erosita schon ein kleines Stückchen näher. Und zwar ist das der Vorgänger hier von Erosita, und zwar Rosat für Röntgensatellit hier oben. Und zwar ist das der ganze Himmel gemessen in Röntgenstrahlen, zum allerersten Mal von Rosat. Und zwar ist das 1990 gemessen worden. Das war vor allem eine deutsche Mission mit Beteiligung mit britischer und amerikanischer Beteiligung. und war eine extrem erfolgreiche Mission. Also das hat, man hat es, glaube ich, selbst gar nicht so geklappt. Er hat nur ein halbes Jahr gemessen. Das Röntgenteleskop war jetzt gar nicht besonders groß, oder man hätte da vielleicht damals sogar was Besseres bauen können, aber es waren einfach die finanziellen Mittel, man hat es gebaut. Und auf einmal hat man zum ersten Mal den kompletten Himmel in Röntgenstrahlung gesehen. Und die farblich unterschiedlichen Bereiche haben jetzt ein bisschen unterschiedliches Spektrum. Also hier ist die Röntgenstrahlung ein bisschen weicher und die ist ein bisschen härter oder hochenergetischer, wie man sagt. Und das Ganze hat dazu geführt, dass man dann, wenn man alles richtig gemacht hat, es hat Jahre gedauert, bis man es ein bisschen defiziert hatte, dass man auf einmal auf einen Schlag von ein paar hundert Quellen hat und die Röntgenstrahlung ausgesendet hatte, hat man auf einmal fast 20.000 Quellen. Und die sind, ob ich jetzt mal nicht aufgetragen, ist das Gleiche. Es ist einfach schön zu sehen, dass es unterschiedliche Quellen gibt. Was hier spannend ist, was nach dem Unterschied sieht, die galaktische Ebene sitzt halt hier. Also alles, was von unserer Galaxie und Röntgenstrahlung kommt, schaut irgendwie anders aus. Das ist irgendwie, Vela X1 ist ein Supernova-Überrest, der sehr hell in Röntgen ist. Und da konnte man diese verschiedenen Objekte klassifizieren, mit Hilfe auch von ganz vielen optischen Beobachtungen. Also man hätte ihn viel, gern viel länger beobachtet, um viel mehr Objekte zu sehen. Und da hat man ziemlich schnell angefangen, an was Neuem zu forschen, wo man 1999, hatte man das schon fertig, das hieß Abrixas. Und anstatt einem Teleskop haben wir gesagt, das ist ja viel leichter. Wir machen einfach gleich sieben Teleskope zusammen. Da haben wir die siebenfache Sammelfläche und wir haben sieben Detektoren und schießen das hoch, machen das ein bisschen ähnlich wie Rosa. Da haben wir schon einiges gelernt. Leider gab es oben einen Fehler, direkt nach dem Start. Also der konnte nicht mal die Solarpaneele richtig ausfahren. Das heißt, die Mission, das fliegt wahrscheinlich irgendwo nach oben rum und es wird abgestürzt. Ich weiß es mittlerweile gar nicht. Kann man nachschauen. War vollkommen nutzlos, leider für die Röntgenastronomie. Und dann wurde es auch immer ein bisschen schwieriger, das zu machen. Also man hat dann die Idee, man kann so etwas Ähnliches auf die internationale Raumstation, auf die ISS bringen. Das hat aber überhaupt nicht geklappt, mit so einer Himmelsdurchmusterung zu machen. Die haben da radioaktive Quellen dabei, wenn die mit den Soyuz-Kapseln kommen. Also das ist ganz und gar nicht das, was man für den sensitiven Server eigentlich gern haben würde. Hat dann auch nicht funktioniert. Dann gab es mal noch einen ganz anderen Antrag, der auch etwas Ähnliches versucht hat. Der wurde auch abgelehnt. Und jetzt schlussendlich, und jetzt seit zehn Jahren hat er daran gearbeitet, an dem Aerocita-Projekt, extended aus dem erweiterten Aerocita-Projekt. Also wie es jetzt aktuell die Lage ist, ist jetzt mal hier dargestellt. Unten ist die Jahreszahl angegeben und wie viele Quellen so ungefähr im Jahr neu gefunden wurden hier, als detektiert wurden. Das waren am Anfang, das war, Uhuru war der erste Röntgen-Satellit, da gab es so 100 Quellen im Jahr. Dann sieht man ganz prominent hier, das war die Rosath-Himmelsdurchmusterung hier mit 20.000 Quellen. Zu verstehen ist es in logarithmischer Skala aufgetragen, darum sind die Sprünge hier dann doch nicht so groß, dass das hier alles auf diesen Plot passt. Aber für den nächsten Plot ist es doch mal besser, das in lineare Skala sich vorzustellen. Wenn man jetzt, was wir uns von Aerocita erwarten, nochmal hier aufträgt, dann kommen wir wirklich in die 100.000 Quellen, neue Röntgenquellen, die wir detektieren werden pro Jahr. Und wir wissen, dass wir diese detektieren werden, weil wir haben natürlich schon an vielen Stellen mal mit anderen Röntgenteleskopen länger hingeschaut und wissen ganz genau, wie viel man ungefähr erwartet. Das Einzige ist, dass wir jetzt immer nur ein paar kleine Felder im Himmel haben und das Interessante ist, einfach den kompletten Himmel anzuschauen in diesen Röntgenbereichen. Also zwei, drei, vier Millionen neue Röntgenquellen erwarten wir uns von diesem Survey. Hier mal auf einer Folie, mal grob was Aerocita dann im Wissenschaftlich macht. Ich werde das nochmal ein bisschen näher dann später darauf eingehen und wieso man das alles macht. Ich versuche es nochmal darzustellen, aber ich versuche es jetzt mal auf einer Folie mal zu erklären, wieso und weshalb. Also die wissenschaftlichen Hauptziele und wieso das Interessante versuche ich gleich noch zu erklären, sind möglichst viele Galaxienhaufen, wie ich sie vorher gezeigt habe, und auch schwarze Löcher zu entdecken neue. Und man rechnet so mit 100.000 solchen ganzen Galaxienhaufen, das waren die mit diesem diffusen Gas und zwei Millionen aktiver Galaxien mit schwarzen Löchern in ihrem Zentrum, die wirklich hell in Röntgenstrahlen sind. Und das macht man, indem man den kompletten Himmel durchmustert. Außerdem schaut man sich noch einen 100 Quadratgrad großen Bereich im Himmel an, deutlich tiefer, noch einen Faktor 6 tiefer an. Aerocita hat ein 1 Grad Gesichtsfeld, diesen Röntgendetektor, da kommen wir dann später noch drauf. Also das hier ist eine Simulation, wie der ganze Himmelsäume, die kosmischen Filamente und wo sich diese Galaxienhaufen so befinden könnten. Und wenn man da einfach mal so einen Punkt rausnimmt, dann kann man hier so ein paar Quellen detektieren mit der normalen Hauptdurchmusterung, die so standardmäßig ist. Und wenn man da noch genauer hinschaut, was ich für die tiefe Durchmusterung gemeint habe, dann würde man quasi jetzt mal nur exemplarisch für das gleiche Feld noch mal deutlich mehr Quellen finden. Das ist natürlich optimiert, dass man in der Laufzeit von so einem Satelliten möglichst viel Wissenschaft hat. Auch noch mal vielleicht zu zeigen, was denn der Unterschied ist, wieso wir hatten jetzt den Rosat, zu dem, wieso brauchen wir den Aerocita, kostet ja viel Geld und Aufwand. Also links wäre jetzt mal so ein Ausschnitt von dem Himmel, der die Rosatshimmeldurchmusterung gemacht hätte und einfach mal nur der gleiche Ausschnitt simuliert jetzt mit Aerocita, sieht man jetzt unglaubliches Reichtum an Punktquellen und das ist, die man alle dann sich anschauen kann. Und so kommt man natürlich am Schluss dann darauf, dass man Millionen neue Quellen detektieren will. Obwohl Aerocita den ganzen Himmel anschaut, ist die Qualität jetzt von diesem Bild ähnlich zu der Qualität jetzt von dem XMM-Newton-Satelliten, der jetzt nur öfter mal in eine Richtung geschaut hat. Also das ist kein, das ist nicht zur Himmelsdurchmusterung, sondern der hat wirklich nur einen Teil von dem Himmel mal öfter hingeschaut, dass man natürlich mal sieht, wie schaut denn sowas aus. Und ich würde sagen, das ist absolut vergleichbar von der Qualität. Also generell wäre so ein, oder wird diese, hier muss so ein ganz großer Schritt sein für die Röntgenastronomie. Aerocita wird von der Erde gestartet und es wird aber nicht um die Erde selbst fliegen, sondern es wird an dem Lagrange-Punkt, den L2 hier gehen. Es gibt ja so Knotenpunkte im Gravitationspotenzial zwischen Sonne und Erde und hier gibt es ein Maximum darum, da kann man quasi in einer relativ stabilen Konfiguration außenrum fliegen. Hat den großen Vorteil, man ist nicht so nah an der Erde, man kann quasi die ganze Zeit beobachten. Wenn man nah an die Erde fliegt, dann kann man teilweise halt nur, man fliegt mal 90 Minuten um die Erde und kann dann nur 60 Minuten beobachten, aber das ist ja nicht so praktisch für eine ganze Himmelsdurchmusterung. Und zwar schaut jetzt hier, erosiert er einfach immer weg von der Erde und der Sonne und dreht sich so immer einmal um sich selbst. Alle vier Stunden dreht er sich um sich selbst und so scannt er ganz langsam den ganzen Himmel ab. Und zwar ist das so berechnet, dass er einmal im halben Jahr wieder den ganzen Himmel abscannen und das Ganze macht er achtmal. Also nach vier Jahren ist er dann auch fertig. Alle Quellen öfter mal anschauen, weil es können ja auch Fehler passieren. Dann hat man wirklich jede einzelne Quelle achtmal angeschaut. Man kann sehen, wie sich die vielleicht auch zeitlich verändert. Und danach wird erosiert dann noch drei Jahre mal ein paar Regionen, die interessant sind, die teilweise schon jetzt festgelegt sind, genauer einfach anschauen, die von größerem Interesse sind. Das ist ein bisschen eine Abbildung, die es mal zeigen soll, in welchem Bereich der Astronomie, Röntgenastronomie jetzt im Erositer spielt. Also hier ist einfach mal aufgetragen, die Größe, von dem diese Detektoren hier messen können. Also von ganz klein, ganz klein am Himmel, also weniger als ein Quadratgrad, hier wäre ein Quadratgrad zu, hier oben den kompletten Himmel messen können. Und links ist die Sensitivität aufgetragen, also umso niedriger und hier links, umso weiter unten die Punkte sind, umso besser ist das für unseren Detektor, weil umso schwächere Quellenobjekte können wir sehen. Man sieht hier unten gibt es unglaublich viele, also so bis, sagen wir mal, 100 Quadratgrad, da gibt es einige Sachen, das hat sich immer verbessert und man kommt hier immer weiter runter. Aber wenn man sich den ganzen Himmel anschaut, dann gibt es wirklich den Rosat, All-Sky-Serve, die Rosat-Himmelsdorf-Musterwohnung von 1990 und das ist einfach alles. Und das ist unser ganz großes Ziel hier, diesen weißen Bereich halt einfach hier nach unten, dass der einfach hier nach unten geht und wir wirklich Quellen anschauen können über den ganzen Himmel, die verhältnismäßig schwach sind, also den Faktor 30 mal schwächer sind als diese von dem Röntgensatelliten. Und was ich es vorher gar nicht so erwähnt hatte, aber der Röntgensatellite hat noch ein anderes Problem, der mist bloß bis zu mittelmäßig soften, niederenergetischen Röntgenphotonen von 2 Kilo Elektronenvolt. Idealerweise misst man aber noch viel weiter bis zu 10 Kilo Elektronenvolt. Bis so weit kann man die noch gut fokussieren, die Röntgenstrahlung, damit man sie auch in dem Fall messen kann, den Himmel abbilden kann. Und das ist auch sehr wichtig, weil diese niederenergetische Röntgenstrahlung wird auch gern mal von Staub noch absorbiert und die hochenergetische eben nicht mehr. Und sie gibt uns, wie alles umso größeren Bereich, ich anschaue, noch zusätzliche Informationen. Jetzt würde ich gerne ein paar Folien, die ein bisschen mehr, auf die wissenschaftliche Fragestellung abzielen. Ich versuche die mal so ein bisschen zu skizzieren, jetzt wieso das interessant ist. Und jetzt als erstes geht es mal um die Galaxienhaufen und Kosmologie, die damit zusammenhängt, was ich auch gleich noch erklären. Und als Einstieg hier nochmal eine Simulation und Vergleich zu dem Chandra-Röntgenteleskop, also ein sehr hochauflösendes Röntgenteleskop von der NASA, das hier mal so einen von diesen Galaxienhaufen im Röntgen hier anschaut. Das sind jetzt 30 Beobachtungen, zusammengestückelt insgesamt 2 Megasekunden, wie man sagt, das sind glaube ich so 24 Tage. Sehr aufwendig, um diesen einen Galaxienhaufen hier zu kriegen. Und mit Erosi, da könnte man mit deutlich geringerer, ungefähr nur einen Tag hinschauen, dann könnte man das Gleiche beobachten. Man sieht schon, das ist nicht irgendwie ein schlechtes Foto, sondern das ist einfach, das Chandra-Teleskop ist speziell dafür da, das ist höch auch auflösend für Röntgenteleskop. Das hat eine Auflösung von einer halben Bogensekunde, was für Röntgenteleskope unglaublich gut ist. Erosi, das spielt ja in der Größenordnung von 10 bis 15 Bogensekunden. Brauchen wir aber in dem Fall auch nicht. Also das ist natürlich, Chandra ist ein Spezialinstrument für einen ganz anderen Bereich. Aber wir wollen nur das hier eigentlich messen und bestimmen, wie hell das ist und vielleicht das Spektrum davon bestimmen. Da reicht diese Beobachtung rechts aus und wir kommen mit viel weniger Zeit aus und können das Gleiche viel, viel effizienter machen. Aber wieso sind jetzt diese Galaxienhaufen so interessant für uns? Wieso rede ich mal von diesen Galaxienhaufen? Wir müssen ein bisschen ins Universum zurückschauen. Und zwar links roh, ein roh ist das, das sollte die Dichte sein. Einfach wie so die Dichte so da ausschaut im Universum. Also wie viel Masse da mal enger zusammen ist und mal ein bisschen weiter voneinander weg ist. Im ganz frühen Universum fluktuiert das hier so rum und da passiert nicht besonders viel. Und dann gibt es so die Phase, wo man sagt, das ist die Phase der Galaxienbildung, wo sich unsere Galaxien gebildet haben. Und da sieht man, dass diese Dichte-Fluktuationen deutlich heftiger werden. Und alle, die mal so grob über so eine kritische Dichte mal zusammen sind, die bleiben halt dann zusammen und dann bilden sich da die Galaxien und dann auch ganze Cluster dann darum um diese Fluktuationen. Und heute, es ist keine solche Fluktuationen mehr, also das komplette Feld, das Gravitationsfeld ist ein bisschen geglättet, aber man sieht immer noch, dass wo Objekte oder viele Galaxien jetzt auch näher zusammen waren, das bilden dann quasi diese Galaxienhaufen. Also da ist einfach im Mittel über das ganze Universum im Himmel genommen, in dem einen Bereich ist halt einfach mehr Masse als woanders drum. Und drum hängen die einfach durch die Gravitation alle zusammen. Und wieso das jetzt spannend ist, ist, wenn wir ganz viele von diesen Galaxienhaufen anschauen, habe ich das vorher schon versucht mal zu sagen, dann können wir auch relativ weit ins Universum zurückschauen. Also unsere Skala ist immer die Rotverschiebung, die wir hier sagen. Das ist bei einer Rotverschiebung von 1, die hier rechts angestellt war. Also wir befinden uns jetzt hier bei 0. Das ist quasi, da sind wir jetzt gerade und bei einer Rotverschiebung von 1 ist es schon so weit zurück, da war das Universum nur halb so groß, wie es jetzt war. Und wir wollen ja noch weiter zurück, wir wollen ja bis zu 5 oder 8 oder 9, wie man mittlerweile zurückschauen kann. Das geht dann schon wirklich an die Anfänge von der Galaxienbildung hin. Wir sind jetzt mit Erosita so sensitiv, dass wir auch solche weit entfernten Cluster, Galaxienhaufen, detektieren können. Das ist jetzt mal hier in der einen Abbildung dargestellt. Das schaut jetzt ein bisschen kommuniziert aus und man muss das auch gar nicht alles im Detail verstehen. Was eigentlich nur wichtig ist, ist, was hier aufgetragen ist. Und zwar ist hier unten einfach wieder die Rotverschiebung aufgetragen von sehr klein zu sehr groß, also sehr weit entfernte Galaxienhaufen, die, weil sie so weit entfernt sind, quasi auch in der Zeit sehr weit zurückklingen. Also die waren alle ganz am Anfang des Universums da und die sind jetzt nah bei uns da, wie das Universum schon deutlich älter war. Und hier sieht man einfach mal in Farbe, was Erosita detektieren wird. Und man sieht, und das Wichtige ist dabei, links ist noch aufgetragen, wie hell der jeweilige Galaxienhaufen ist. Und man sieht, dass man wirklich von Galaxienhaufen von weit weg bis zu jetzt alles detektieren kann. Also können wir die Zeitentwicklung von diesen verschiedenen Galaxienhaufen über die Entwicklung des Universums dadurch vermessen. Und zwar gelingt es, weil wir 110.000 von diesen Haufen als sichere Detektion, also sichere Detektion heißt, man sieht, dass es keine Punktquelle ist, sondern so ein Haufen. Und sogar 23.000 können wir noch zusätzlich da die Rotverschiebung bestimmen, also die Entfernung in diesem Fall bestimmen. Und ansonsten müssten wir jetzt auf optische Teleskope zurückzugreifen, um zu versuchen, bei diesen restlichen 80.000 auch noch die Entfernung zu bestimmen. Und sogar bei 2.000 davon könnte man auch diese Temperatur von diesem heißen Gas, was ich vorher gezeigt habe, zeigen. Und der ganze Aufwand, untere und andere, macht deshalb, weil uns einfach doch brennend interessiert, also wie ist unser Universum entstanden und wo wird es sich mal hin entwickeln? Wird es irgendwann alles wieder zusammenfallen in sich oder wird es irgendwann auseinander ausdehnen und immer schneller beschleunigen, bis wir gar nichts mehr von unseren Nachbargalaxien sehen? Und das drückt man in der Physik aus, in der Kosmologie, durch zwei Größen, und zwar der Massendichte hier, Omega M und der Vakuumenergiedichte. Durch diese zwei Größen kann man die Entwicklung des Universums beschreiben. Also das sind die Größen, die es gilt für uns zu bestimmen, um zu verstehen, wie sich dieses Universum entwickeln wird und wie sie es entwickelt hat. Und da steckt natürlich eine ganz größere Theorie dahinter, aber jetzt von der beobachtenden Astronomenseite her ist das die Abbildung, wo wir einfach besser sein wollen. Und Erosida wird dann quasi ganz genau, mit relativer Genauigkeit diese Werte festlegen können. Man weiß schon ungefähr, dass das irgendwie so bei 0,2, 0,3 ist, 0,7 jeweils. Aber umso genauer das ist, umso genauer kann man dann feststellen, ob unser Universum wirklich flach ist oder wo es hingehen wird. Die zweite große Sache, habe ich auch schon erwähnt, ist, dass Erosida ganz Millionen weiterer aktiver Galaxien entdecken wird. Aktive Galaxien, das ist einfach eine Galaxie mit vielen optischen Sternen außenrum in der Mitte ist ein schwarzes Loch und vermutlich ist in jeder Galaxie ein schwarzes Loch, aber in einigen Galaxien hat das schwarze Loch außenrum auch noch Gas, dann bildet sich so ein supermassives schwarzes Loch, das kann eine Million, eine Milliarde mal so viele Massen wie unsere Sonne haben, bildet sich auch so eine Aggressionsscheibe, die ist auch sehr heiß und diese strahlt dann auch im Röntgenbereich. Und wenn wir jetzt wieder ganz viele solche schwarze Löcher messen können, dann können wir sogar die ganze Verteilung messen, die hier da ist. Es sollte hier so ein bisschen dargestellt werden, hier ist einfach nur eine Simulation, die Kreuze sind, das sind eigentliche Quellen und mit Detektionen hier noch dazu, das soll ich nochmal zeigen, also das sind grau hinterlegt, sind so ein bisschen so die Strukturen, die Filamente in unserem Universum, wo sich so die Masse einfach auffällt und das könnte man mit solchen Beobachtungen auch einfach feststellen, indem wir, und das ist wieder so wie vorher, indem wir die Rotverschiebung, wie wir sagen, also die Entfernung zu einem Objekt kennen, können wir quasi feststellen, wo auch diese schwarzen Löcher sich befinden und wo mehrere von diesen zusammen sind. Ansonsten sind diese schwarzen Löcher auch so sehr interessant, weil sie hängen nämlich auch ganz stark damit zusammen, wie sie die Galaxien eigentlich gebildet haben und entwickelt haben. Also versucht man einfach auch zu verstehen, wie sich diese supermassiven schwarzen Löcher in diesen aktiven Galaxien, wie sich die über die Zeit auch jetzt wieder vom Anfänge des Universums, von der Entstehung bis zu jetzt entwickelt haben. Und das können wir wieder machen, indem wir wieder weit zurück ins Universum blicken. und jetzt habe ich hier mal nur eine Sache noch rausgenommen, das ist auch wieder eine sehr komplizierte Abbildung, aber es geht auch gar nicht darum, jetzt hier alles zu verstehen. Was hier aufgetragen ist, ist unten ist wieder die Entfernung, von links ist ganz nah und rechts ist ganz weit weg und hier oben ist auch nur aufgetragen von es ist nicht so hell im Röntgen bis es ist ganz hell im Röntgen, es strahlt ganz hell im Röntgen. Und was man jetzt hier machen kann, ist man kann einfach mal so einen Durchschnitt machen und man kann einfach mal anschauen, wie hell sind die schwarzen Löcher so ungefähr, die nah bei uns da sind und wie hell sind denn die schwarzen Löcher, die relativ weit weg von uns sind. Also weit weg heißt wieder zu einer relativ früheren Zeit. Und dann merkt man, das war nie gleich verteilt, sondern ungefähr so in einer Rotverschiebung von 1, wo das Universum halb so groß war, wie es jetzt ist, waren diese aktiven Galaxien am aktivsten, also da waren die wirklich am allerhellsten in der Rentenstrahlung. Und das ist natürlich sehr spannend, das weiß man jetzt schon, aber natürlich würde man gerne ein bisschen mehr herausfinden, wie diese Galaxienbildung und die schwarzen Löcher zusammenhängen. Und ein allerletzter Punkt, noch ganz kurz dazu, zusätzlich zu diesen ganz, ganz großen Weitenskalen kann Aerosider sogar in unserer Milchstraße auch Sachen detektieren, die sich einfach ändern, wo sich einfach die Röntgenleuchtkraft über die Zeit ändert. Das könnte von Sternen sein, die ihre Röntgenhelligkeit ändern, bis hin zu sogenannten Tidal Disruption Events, das sind bei so supermassiven schwarzen Löchern, wenn da mal irgendein Stern außen rum fliegt, der wird dann einfach zerrissen und dann gibt es eine ganz starke Röntgen-Explosion und auch solche Sachen kann Aerosider detektieren. Also auch nicht nur des Universums, sondern auch wirklich zeitvariable Sachen. Aerosider ist ein Projekt, was geleitet wird vom Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik in München. Wir von der Universität Erlangen-Nürnberg und der Sternwarte Bamberg sind auch groß beteiligt und es hat auch andere Institute in Tübingen, in Hamburg und in Potsdam, die hier mitarbeiten in Deutschland. Und natürlich ist ja die Industrie ganz groß gefragt, weitere Teile zu bauen. So sollte Aerosider ausschauen oder Aerosider ist eigentlich nur dieses Teil hier oben. Das ist unser Röntgendetektor, den wir haben wollen. Dann gibt es zusammen noch, gibt es noch eine Art XC, wie er heißt, hier einen Detektor, der misst noch härter Röntgenstrahlung, funktioniert ein bisschen ähnlich wie Aerosider, der wird von Russland entwickelt, weil dieses komplette Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der russischen Raumfahrtagentur. Und zwar stellt Russland die ganze Plattform und den Staat und alles und darf sein eigenes Instrument drauf bauen und wir dürfen Aerosider drauf tun und dafür kriegt quasi Russland, da komme ich gleich noch drauf, die Hälfte unserer Beobachtungsdaten. Also wir versuchen da zusammenzuarbeiten mit Russland. Ich werde noch ein paar Worte dann dazu sagen. Also im Prinzip haben wir das geschafft, jemanden zu finden, deren Hälfte es zu finanzieren. So ein Salidenstaat ist teuer, 100 Millionen, 200 Millionen, das ist viel Geld. Also man muss irgendwie schauen, wie man das hinkriegt. So viel Geld hat dass die deutsche Raumfahrtagentur auch nicht irgendwie locker. Darum war das für uns eine ganz gute Sache, das so zu machen. Wenn man jetzt hier mal rein subbt, nur auf dieses Aerosider-Teleskop, was ich mir genannt habe, sieht man, es sind eigentlich sieben Teleskope. Das hier sind die einzelnen Teleskope, ich habe auch gleich noch Fotos davon. Von hier oben fallen die Röntgenstrahlen drauf und die werden dann hier unten detektiert von den Detektoren. und natürlich gibt es ja noch alle möglichen anderen Sachen, die man hier noch hat, die jetzt nicht ganz so wichtig sind. Und jetzt habe ich mal hier ein paar Fotos, wie das eigentlich wirklich ausschaut. Also das Ganze ist auch nicht so besonders klein, es ist so zwei-, dreimal Mann hoch hier. Da sieht man das hier aufgebaut. Beim Zusammenbau, das sind jetzt die einzelnen Teleskope, also eins von diesen sieben. Und hier unten ist man nochmal vergrößert eins hier reingeschachtelt. Hier, diese Struktur ist nur dazu da, um die eigentlichen Spiegel zu halten. Und Röntgenspiegel funktionieren so, also Röntgenstrahlung, auch die Sache mit dem Zahnarzt, das geht einfach durch quasi fast alles durch oder wird dann am Ende irgendwann absorbiert. Um Röntgenstrahlen zu fokussieren, muss man unter einem Grad, einem halben Grad, auf einer ganz flachen Oberfläche müssen die Röntgenstrahlen auftreffen. Und was man dann hier schafft, ist, dass man hier ganz viele von diesen Spiegeln so ineinander baut, dass man eine möglichst große Sammelfläche hat. Also es sind lauter so viele, so runde Gebilde, die ganz, ganz präzise hier reingesetzt werden und hier festgehalten werden. Das war jetzt dann, ich glaube Ende 2016 ungefähr, da wurde alles zusammengebaut, alle Spiegel hier reingebaut, fertig an Aerosita drangeschraubt. Also ganz beeindruckend, da stecken zehn Jahre Arbeit drinnen. Das wird auch alles, man hat das vorher schon gesehen, das habe ich nicht erwähnt, das wird im Rheinraum natürlich gebaut, da darf keinerlei Verunreinigung sein bei so einem Gerät und unter strengen Vorkehrungen, dass hier nichts schief geht. Weil wenn es später mal im Weltraum ist, dann kann man natürlich nichts mehr dran machen. Man hat es natürlich jetzt auf der Erde auch schon mal vermessen, also wie gut sind eigentlich unsere Teleskope, unsere Röntgenteleskope, das solltet man jetzt hier darstellen. Also das Gesichtsfeld ist ein Grad groß, das habe ich gerade schon gesagt, und wenn man eine Quelle in der Mitte hat, dann schaut die auch wirklich schön punktförmig aus, eine Auflösung von 18 Bogensekunden. Und wenn man es zum Rand geht, dann hat man hier einen deutlich stärkeren Astigmatismus. Also das schaut jetzt relativ furchtbar aus, aber für so Röntgendetektoren ist das schon eigentlich echt ziemlich gut, also die sind schon auch gar nicht so groß da draußen. Wie ja vorher gesagt, das ist nicht wie zum Beispiel bei dem Chana-Teleskop, dass wir eine möglichst gute Auflösung haben wollen, sondern wir wollen durch den Himmel durchmustern und von irgendwas muss man sich dann da entscheiden. Also diese Messungen haben gezeigt, dass Aerosieter super funktioniert, wir waren alle sehr glücklich, dass es wirklich so gut ausschaut, will ich das damit sagen. Um mal zu zeigen, was es passieren würde, wenn eine so Quelle durch das Gesichtsfeld geht, weil ich gesagt habe, außen hat man eine schlechtere Auflösung, also das ist quasi jetzt, sagen wir halt zeitintegriert, also wenn man quasi länger hinschauen würde, dann wird man jetzt die Quelle, die ist erst, wie sie hier breiter ist und in der Innen ist sie quasi besser aufgelöst und dann wird sie zum Rand hin wieder breiter und man sieht auch, dass es dann ein bisschen dunkler wird, also dann nimmt auch die Helligkeit, die man in der Quelle sehen kann, auch ein bisschen ab zum Rand. Diese Röntgenstrahlen sind jetzt von diesen Teleskopen fokussiert, aber jetzt müssen wir die Röntgenstrahlen natürlich auch noch irgendwie detektieren, und das funktioniert auch, wie im Optischen oft mit CCD-Detektoren, also das kann man, sag ich mal, wie in jeder Kamera, in jedem Handy mittlerweile irgendein Chip, der das Licht registriert, der einzige und ganz bedeutende Unterschied ist in der Röntgenastronomie, weil die Photonen, so energetisch sind, messen wir wirklich einzelne Photonen, die auf dem Detektor auftreffen. Also ein Photon erzeugt eine ganze Ladungswolke, wie man sagt, in diesem Detektor an Elektronen, die wird dann einzeln ausgelesen. Also darum ist es doch ein bisschen was anderes, aber an sich ist dieser Chip nichts anderes, in sehr viel größer, als was in so einer Kamera steckt. Und dann muss man halt richtig auslesen. Und das alles wird dann hier verpackt, also diese Chips sind hier in diesen Camera-Heads, in diesen Kameraköpfen hier schön verpackt und alles verkabelt. Und am Schluss schaut das unglaublich. Das sind jetzt die sieben Kameras. Natürlich braucht jedes Teleskop eine einzelne Kamera. Das sind jetzt die sieben Kameras hier hinten dran mit allen Kabeln. Und da ist natürlich hoffentlich nichts falsch. Nein, natürlich wird das mehrfach alles getestet, dass jede einzelne Sache hier funktioniert, wie das hier zusammengebaut wurde und vorher auch schon. Und dann kann man sich auch anschauen, wie diese Kameras funktionieren. Und ich sage gar nicht groß darauf eingehen, aber es ist hier einfach mal ein Bild von nichts. Und es schaut ganz gut aus, dass da das Rauschen nicht so groß ist. Und, sage ich mal, die einzelnen Pixel jetzt nicht irgendwie wie schlecht werden und auch die Energieauflösung ist, wie man es erwarten würde. Und das will ich auch nur ganz kurz nochmal sagen. Also man kann einfach theoretisch ausrechnen, was so eine theoretisch bestmögliche Energieauflösung ist von so einem Röntgendetektor mit dieser Technologie. Und ich habe sie ganz leicht zu dieser gestrichelte graue Linie eingezeichnet. Mit Erosita sind wir nur ganz knapp drüber. Also diese Messungen wurden vor zwei Jahren alle gemacht und das war wirklich eine große Bestätigung. Am Ende ist man sich dann doch nicht ganz sicher, ob es wirklich alles so gut ist, wie man sich es erhofft hat. Und ich kann wirklich sagen, also das funktioniert alles so gut oder fast noch besser, als wir gedacht haben. Die letzte jetzt vielleicht wichtige Kenngröße noch für dieses Teleskop ist die effektive Fläche. Wie man sagt, das ist eigentlich nur so etwas wie die Sammelfläche. Für solche Detektoren muss man effektive Fläche sagen, weil man es immer so einfach geometrisch wie bei einem Spiegel, bei einem optischen Teleskop vielleicht eher sich noch besser vorstellen kann. Das ist halt ein bisschen komisch mit diesen Röntgenstrahlen. Alles, was das jetzt noch zeigen sollte, ist, dass diese rote Kurve ist das Erosita-Teleskop und die ist hier so logarithmisch aufgetragen, also ein Faktor, ein paar, fast zehn besser als das X-Minuten-Teleskop von der ESA, was gerade noch fliegt und besonders auch als der Rosat, der 1990 gemacht wird. Also man ist deutlich sensitiver und vor allem sieht man, was ich gerade gesagt habe, Rosat hört bei zwei Kilo-Elektronen-Volt-Röntgenstrahlung auf. Wir würden aber wirklich gerne noch die viel härtere Röntgenstrahlung sehen, weil die noch zusätzliche Informationen liefert. Okay, und ganz zum Abschluss habe ich noch ein paar Bilder, wie jetzt Erosita an Anfang, das war Januar 2017, wurde das verladen. Das ist komplett hier gepackt, das ganze Teleskop kommt jetzt hier in diesen Container rein. Der Start ist, das habe ich noch gar nicht erwähnt, natürlich in Russland, wenn Russland für den Start zahlt und dann geht das halt, wie man das so macht, in diesem Container, das Erosita drinnen hier auf das Flugzeug und wird das hier reingefahren, ganz sorgfältig behandelt und dann geht es ab nach Moskau in diesem Fall und die Ladung in Moskau und das hier ist das Frachtflugzeug, wo das drin war und dann wurde es auf diesen Lastwagen verladen. Da waren die Ingenieure von Max Planck, die waren zuerst entsetzt, wie sie diesen Lastwagen gesehen haben, weil in Deutschland hat der Lastwagen anders ausgeschaut, hat sich aber herausgestellt, sie sind absolute Spezialisten, er hat eine extra weiche Federung, dass er quasi mit diesen Straßen so gut zurechtkommt und hat danach gesagt, also es hat alles super funktioniert, die hatten nur Angst, wie sie den Lastwagen gesehen haben, dass die nicht verstanden haben, was sie da, also kann ja passieren, dass du nicht verstehst, was man eigentlich da transportieren muss, dass da zehn Jahre Entwicklung, also alles, was wir gemacht haben, steckt in diesem einen Lastwagen. Aber es hat alles gut geklappt, es ist angekommen, es wird natürlich dann wieder zusammengesteckt und getestet und so weiter und das ist alles in allerbester Ordnung, das waren auch wirklich Profis, da darf man sich nicht von dem Äußeren täuschen lassen, also die haben den extra noch modifiziert sogar. Letzte Folie noch dazu, wie das mit Aerosieter und dem ganzen Projekt an sich funktioniert ist, ich habe das gerade schon erwähnt, die Datenaufteilung ist so, dass die Hälfte Deutschland und das Max-Planck-Institut im Prinzip wir und auch die zwei, drei, vier Partnerinstitute jetzt in Tübingen, Potsdam und Hamburg kriegen an der Zeit und 50 Prozent gehören Russland und da hat man sich halt irgendwie entschieden, man teilt das in galaktisch Ost-West aus, natürlich kriegt dann Russland den Osten und Deutschland den Westen. Das war wirklich so und es gibt auch die Abbildung, wo sie schon die Flaggen noch drauf gemacht haben, das ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber auf jeden Fall, man muss den Himmel natürlich irgendwie teilen und das war auf jeden Fall eine sehr logische Teilung, diesen Himmel so aufzuteilen, dann kriegt jeder die Hälfte und das galaktische Zentrum ist ja auch in der Mitte und dann wird das natürlich auch geteilt, also es macht schon sehr viel Sinn, das alles so aufzuteilen. Für die deutschen Daten ist es jetzt so, dass die nach zwei Jahren öffentlich werden, also wirklich jeder auf der Welt kann diese Daten einfach anschauen. Das gibt es uns als Wissenschaftler den Vorteil, wir haben quasi zwei Jahre Vorsprung mit den Daten was zu machen und wir kennen es natürlich auch aus, stellt aber auch sicher, dass wir sie nicht für uns behalten, sondern dass wirklich jeder an dieser Wissenschaft teilhaben kann und es wird auch Software zur Verfügung gestellt, mit der man diese Daten auch anschauen kann, also zumindest wenn man sie in dem Fachbereich auskennt, ist es nicht so, dass man jetzt irgendwie Kontakt jetzt zu uns aufnehmen müsste, sondern es kann wirklich jeder in der Röntgenastronomie, sag ich mal, diese Daten verwenden, was ja auch wichtig ist, es geht ja so viel Zeit und Energie in dieses Projekt, da ist es auch gut, wenn es möglichst viele Leute Nutzen hat. Genau, und es ist dann relativ trotzdem strukturiert, wer wie Anträge schreiben kann, um an diese Daten zu kommen, jetzt gerade aktuell. Jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen, also ich bin der Meinung, dass Aerosita wird unser Wissen über den Röntgenhimmel revolutionieren und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen davon mitgeben, wieso das vielleicht spektakulär war. Ich habe versucht aufzuzählen, über die Galaxienhaufen aus dem heißen Röntgengas und die ganze Entwicklung der schwarzen Löcher, dass wir da alles Neues lernen könnten dadurch und auch die schwarzen Löcher, Neutronische in unserer Milchstraße und zeitlich variable Phänomene können wir damit messen. Und auch die wichtige Message ist noch, also aktuell ist der Röntgendetektor Aerosita in Russland, ist quasi fast zu Ende getestet, es funktioniert extrem gut und es sind gerade noch die letzten Tests, muss man auf dieser Plattform dann zusammenbauen und wieder auseinandernehmen und das andere russische Experiment, das ART-XI noch dazu bauen, dann hoffen wir, dass alles da gut geht. Danke schön. Danke schön.